Hallo, mein Name ist Alfred Kintz, ich bin bei der Firma Altblatt im Global Maintenance Management verantwortlich für das strategische Standhaltungsmanagement, insgesamt für 180 Standorte und beschäftige mich dort vor allem mit Fragen, wie wir die Instandhaltung, insbesondere im Kontext des gesamten Anlagen-Lebenstücklusses, optimal gestalten können, wie wir dort den Wertschöpfungsbeitrag der Instandhaltung für den Unternehmenserfolg maximieren können. Das ist auch der Grund, warum ich mich heute hier auf dem Internet in Dortmund aufhalte, weil ich Antworten zu dieser Frage solle.